Also besser als Bestellung über Telefon, Fax oder E-Mail ist im Grunde alles, nutzt Schyko Connect. Denn Connect ist tatsächlich ein total einfaches Modul, nenne ich es jetzt mal, das jeder verstehen wird. Denn über Connect hat man extremes Zeitersparnis. Durch Zeit spart man natürlich auch sofort Ressourcen und Geld. Schyko Connect hat im Grunde nur Vorteile. Ich bin der Manuel Eckstedt, Gründer und Geschäftsführer der Rahmen des Metallbau GmbH. Wir haben uns darauf spezialisiert, Fenstertüren, Fassaden, primär Schiebefensterbereich für den gehobenen Wohnbau zu liefern. Schyko Connect ist ein Kundenportal zum Bestellen von Schyko Artikeln. Über Schyko Connect können offene Bestellungen, Terminänderungen oder auch Teillieferungen angezeigt werden. Außerdem können Dokumente wie offene Rechnungen oder bereits überfällige Rechnungen angezeigt werden. Kundenbestellung und die Auftragsbestätigung sind dort ganz einfach zu finden. Man hat sofort eine Übersicht aller Artikel, kann diese Artikel dort nochmal anpassen, sei es Stückzahlen, Farbe etc. Und dort kann man direkt die Bestellung sozusagen kommissionsbezogen beziehen. Natürlich vorher einen Abgleich mit einer Warenwirtschaft machen, weil darunter in die Produktion, da wäre ein weiterer Vorteil, das einfache Bestellen über das Handy oder das Smartphone. Man hat eine ganz einfache Scan-Funktion, die über Connect gestartet wird. Man scannt den Barcode des Artikels, der kommt sofort in den Warenkorb rein. Die gescannten Artikel können am PC dann nochmal verglichen werden. Und so kann ganz einfach und schnell eine Bestellung im Grunde getätigt werden. Denn man muss nicht nochmal eine Person im Schyko-Innen-Dienst mit involvieren. Also eine wirklich schnelle und einfache Geschichte. Die Fehlerquote sinkt definitiv. Bestellung über Telefon, E-Mail oder Fax im heutigen Digitalisierungszeitalter, das muss ein Ende haben.